Hallo, heute gibt es so ein paar tolle Lieder, ich sage es euch, also viel Spass und wir singen als erstes, eine Frau und eine Märin gehen. Jetzt geht es euch auf den dritten Punkt und greifen sie zu sehen, bleiben sieben und das wird's. Musik 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 Das nächste ist von Lutzerngegeweg zu. Dann geht ihr die Taster wegnehmen und ich nochmal spielen mit den Griffen G, C und D. Das geht los. Musik Und dann geht es weiter mit dem Lied. Und dann geht es so schön und lustig wie bei uns im Amital. Jetzt wird es genau gleich. Musik 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 So, dann schreibt ihr die Kommentare, die ihr dritt könnt, und dann gibt es die Spurenwöbelie. Dann spielt ihr auch die G7F, auch ein Blickkort, und so gut, so, fangen wir an. So, dann schreibt ihr die G7F, auch ein Blickkort, und so gut, 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 so gut. Und dann, wie steht ihr mit den drei Liedern, der Dern am Bergli, Vogelisi, Zogen am Bogen, und der Tauben auf dem Bergli. Der Tauben auf dem Bergli spielt den C G7, der Dern am Bergli auch, und Vogelisi spielt den C G7F, und Zogen am Bogen auch. Also. Der Tauben auf dem Bergli spielt den C G7, der Dern am Bergli spielt den C G7, der Dern am Bergli spielt den C G7. Der Tauben auf dem Bergli spielt den C G7, der Dern am 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 Bergli spielt den C G7. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020